Vor einiger Zeit haben wir ein Video veröffentlicht, wo ich die negativen Folgen von Zucker- und Alkoholkonsum auf den Körper gezeigt habe. Dort haben wir über Mangel an Mineralien gesprochen, die dadurch entstehen, dass eben Zucker und Alkohol einen großen Verbrauch an Mineralien verursachen in deinem Körper und dadurch können später durch fällende Mineralien und Spurenelemente bestimmte Vitamine oder Enzyme in deinem Körper nicht gebildet werden. Heute schauen wir uns ein anderes Aspekt vom Konsum von Zucker und Alkohol und zwar der Einfluss auf deine Leber. Dieses Bildchen, was ich dir jetzt zeige, hat eine deutsche Heilpraktikerin, Frau Dagmar Prassler, in einem Video gezeigt. Unten in der Beschreibung fügen wir einen Link zu diesem Video. Falls du das Interesse hast, sich in diese Thematik etwas zu vertiefen, kannst du dir gerne das ganze Video anschauen. Sie sagt, 30% der Bevölkerung hat bereits Leberprobleme. Das ist eine sehr große Zahl und die meisten davon wissen noch nicht mal, dass sie das haben. Also ganz links siehst du eine gesunde Leber, eine dunkle Farbe. Wenn du zu viel von Zucker konsumierst, dann entsteht Fettleber, weil Zucker und Alkohol direkt in Fett umgewandelt werden. Das ist zwar eine Funktion, die nützlich ist für Sportler zum Beispiel. Damit kannst du Energie quasi speichern und wenn du dich viel bewegst, wenn du diese Energie, was dort gespeichert ist, abrufst, dann ist das eine positive Wirkung. Wenn du aber ein Couch-Potato bist und wenn ich Bewegung hast und nur zugehaltige Sachen zu dir nimmst, dann wirst du nicht nur Fettleber bekommen. Nach einiger Zeit kommt deine Fibrose. Die nächste Stufe ist Zierose und wenn du das ganze Prozess nicht stoppst, dann kriegst du auch Leberkrebs. Was ist also die Ursache von diesen Problemen? Definitiv eine falsche Ernährung. Zu viel Zucker. Und rechts unten habe ich ein paar Sachen aufgeführt, die du meinen solltest. Also jegliche Arten von Zucker, auch Fruktose, Glukose, Fruchtzuckersirup und auch die Kombination zwischen Zucker und Fett ist sehr, sehr belastend für deine Leber. Alkohol als engste Verbundete von Zucker. Das sind verwandte Stoffe, die verursachen das Gleiche. Und dann gibt es jede Menge Softdrinks auf dem Markt, die voll mit Zucker beladen sind und vor allem zum Beispiel fertige Fruchtsäfte, zum Beispiel Orangensaft, da wird Zucker noch zusätzlich dazu gesetzt. Alles ruiniert deine Leber. Das was die Dame hier im Bild noch aufführt, Position 2 Noxon, das sind Toxine, die belasten deine Leber und wenn die Leber einen gewissen Grad an Funktionalität verloren hat, dann sind sie auch nicht in der Lage, die Toxine zu neutralisieren. Und dann gibt es weitere Probleme. Und dieses zu starke Zuckerkonsum wird dein Darmmikrobiom total umwandeln. Da kommen irgendwelche Pilze, die gerne diesen Zucker konsumieren und dann hast du mit deinem Darm echte Probleme. Das gucken wir uns jetzt an, weil zwischen der Leber und deinem Darm ist eine sehr enge Verbindung hin und zurück. Hier sind wenige Sachen gezeigt. Das was hier nicht gezeigt ist, sind zum Beispiel Blutgefäße, die sehr breit zwischen den beiden Organen verlaufen. Dann hast du Grün hier gefärbt, das ist die Gallenblase. Die Leber produziert die Gallenflüssigkeit. Die wird in der Gallenblase zwischengespeichert. Falls du also etwas Fetthaltiges zu dir nimmst, dann steht das sofort zur Verfügung. Als, sagen wir, Vorratbehälter geht diese Gallen durch die Bauchspeicheldrüse durch und landet in deinem Gründer. Also diese ganze Stoffwechsel-Thematik in deinem Körper wird durch diese Verbindung Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse geregelt. Und das sind die zentralen Organe, auf die du achten solltest, wenn du nicht müde sein möchtest. Weil wenn die Leber die Fähigkeit verloren hat, was sie an Funktionen erfüllen muss. Wenn sie das verloren hat, dann ist sie auch nicht in der Lage, die Toxine zu neutralisieren. Und dann wirst du müde sein. Durch Überschuss an Toxinen. Und Toxine haben wir jetzt überhaupt. Im Leitungswasser hast du Toxine. In allen Fertigprodukten, die nicht Bio sind, selbst die Bioprodukte sind auch belastet. Leider, muss man sagen. Es ist also sinnvoll, darauf zu achten, was in deinem Einkaufswagen im Supermarkt landet, was letztendlich auf deinem Teller landet. Weil das hat einen direkten Einfluss darauf, wie der Zustand deiner Leber ist später. Wenn du also eine Umkippung von deinen Darmbakterien bekommst, wenn eben die sogenannten guten Darmbakterien nicht mehr da sind, weil sie durch die schlechten verdrängt worden sind, dann kannst du nicht richtig verdarren. Und das, was Frau Prassler aufgeführt hat in der Position 2 bei dem vorherigen Bild, die Toxine, dann ist jetzt zu ergänzen, dass alle Medikamente toxisch sind. Das ist nur die Frage der Menge. Wie immer, was Herr Paracelsus schon vor ein paar hundert Jahren gesagt hat. Also die Medikamente, die sehr gerne verschrieben werden, wenn du Leberprobleme zum Beispiel auch hast, die sind eventuell in dem Moment nicht mehr nötig, wenn du selbst die ganze Geschichte in deine Hand nimmst, wenn du guckst, was du einkaufst, wenn du guckst, was du zu dir nimmst, wie du dich ernährst, dann kannst du jede Menge hier Probleme ganz einfach vermeiden. Und unsere Videos sind für diejenigen gedacht, die eben eigenhändig die ganze Geschichte mit Verantwortung für eigene Gesundheit nehmen. Wenn die vorbeugend agieren, wenn sie versuchen das ganze Verdauungssystem zu unterstützen und nicht zu schaden, dann kommst du zu weit besseren Ergebnissen, als wenn du nur zum Arzt läufst, um Tabletten zu bekommen und sie später zu schlucken. Ja klar, wenn du nicht weiterkommst mit dem, was du tust und Probleme vorhanden sind, dann geht es selbstverständlich erstmal zum Arzt oder zum Heilpraktiker, um Hilfe zu holen. Also, du kannst mehr für dich machen, als du vermutest. Es wäre nur notwendig, sich die Geschichte ein bisschen genauer anzuschauen und die Informationen, die du bei unseren Videos bekommst, verwenden, um eben deinen Zustand der Gesundheit ständig und stets zu verbessern. Okay, also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Anschauen von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns von dir über einen Daumen hoch sehr freuen. Und wenn du mehr von uns erfahren möchtest, abonniere am besten unseren Kanal und dann wirst du mit den neuesten Informationen immer gut versorgt. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.